Hallo, herzlich willkommen bei Sweets from me to you, meinem ersten eigenen Backbuch. Die meisten Leute fragen mich immer, wie ich zum Backen gekommen bin und warum ich jetzt eigentlich ein eigenes Backbuch herausgeben möchte. Meine klassische Antwort ist dann eigentlich immer, ähm, ähm, hm, naja, aber eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Gibt es was Schöneres, als jemanden mit selbstgebackenen Mehlspeisen eine Freude zu machen? Ich glaube nicht. Ich mag es außerdem, wenn meine Wohnung nach Zimt oder geschmolzener Butter oder Schokolade duchten und die Zutaten langsam Form annehmen. Wenn meine Nachbarn anknüpfen oder meine Familie oder Freunde vorbeikommen, wird bei mir immer etwas Selbstgebackenes auf dem Tisch stehen. Nachdem sich immer mehr Leute für meinen Facebook Blog interessiert haben und somit auch für meine Rezepte, kam mir die Idee, ich mache einfach ein eigenes Backbuch. Was so viel heißt wie Inspirationen sammeln, Rezepte kreieren, backen, fotografieren, selbst illustrieren und zum Schluss auch selbst layouten. Und das Beste ist, ihr könnt mir jetzt aber helfen, meinen Traum wahr werden zu lassen. Ich würde mich so freuen, wenn ihr mein Projekt unterstützt und vielleicht könnt auch ihr bald mein Backbuch in euren Händen halten.